Ja, herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Ja, wir sind wieder weiter in den Katakomben vorgerückt und das Öhrchen ist auch wieder am Start. Hallihallo, Hallöchen. Ja, aber Öhrchen muss sich nun mal auch melden, es tut mir leid. Ja, dann folgen wir mal dieser Anweisung, würde ich sagen. Wir sind gerade hier... Wo sind wir hier, Chef? Ja, wir sind... Ja, die Gruben, glaube ich, wurden geöffnet von dem Golem. Wir haben da hinten dieses komische Monster erledigt. Wie hieß es denn nochmal? Otyuk. Otyuk. Otyuk, ja. Ich habe gerade nochmal reingescrollt. Ja, wir haben in ganzen Kisten schon leergeräumt und hier geht nur noch hier unten ein Gang runter. Aber wie ich auf der Karte, wie ich gerade sehe, führt er in den Raum zurück, wo wir die Waffen als erstes gefunden haben. Das heißt, da brauchen wir schon mal nicht runter. Ah, guck mal, da schließt sich der Kreis und nach oben geht es in die Bibliothek. Also gibt es nur diese Tür hier. Interessant. Achtung! Ja, äh, wie soll es auch sonst sein? Goblins. Achso, ich dachte, vielleicht ist da eine Falle. Deine Zeit ist abgelaufen, Freundchen. Da, Winsele. Hast du gesehen, wie ich die wieder aus der Ferne mit purer, äh... Gedankenkraft, ne? Ja. Ich habe mir gerade an den Kopf gefasst und habe vergessen, äh, Tele... Telepathie. Ich sag mal, wenn du das ganze Geld ein... Äh? Da gibt es... Doch, da ist eine Tür, okay. Ich habe gedacht, da ist nur ein Tisch und dann gibt es ein... Oh, da ist ein blauer Pfeil. Der könnte was für Nikolas sein. Uh. Nikolas, hast du gehört? Äh, äh, hey. Ich sammle mal die Pfeile wieder ein, wobei die blauen Pfeile gebe ich erst da an, ja? Äh, ich bin nicht blau. Ich habe nichts getrunken. Hm. Ja. Hat denn die gute Anja die Pfeile zum Identifizieren? Ja, hat sie. Putsch. Und identifiziert? Oh, was sind das denn? Aber für die Koblenz gibt es nur 60 Punkte, ne? Beißende Pfeile. Der beißende Pfeil wurde als tödlicher, großes Bogenschützen konzipiert. Mit Gift. Schick. Da sollte dann... Hier, äh, hier, äh, Nikolas, ne? Da musst du aber mal ein bisschen drauf aufpassen. Die kannst du nicht jedes Mal gleich verwenden. Die Geist. Da. Ja, dann. Dann wollen wir die Tür hier hinten öffnen. Ja, ich bin genauso bereit wie du. Bereit, wenn Sie es sind. Aus welchem Film war das, Herr Filmkritiker? Jetzt kommen wir nicht mit den ganzen Zitaten. Ich bin nicht da für... Guck mal auf die Uhr, wir haben gleich schon halb drei. Sag mir, was zu tun ist. Das Schweigen der Lämmer. Quid pro quo. Ähm. Ja, die sehen wir auch gut. Ähm. Jetzt wird das Gribbeln drohender Gefahr im Nacken. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich suche auch schon nach Fallen. So ist es nicht. Ja. Ganz ehrlich, ich will da nicht rein. Ah. Ich bleib mir hier draußen. Falle verschwindibus. Falle verschwindet. Was? Aber du hast einen guten Skill bei Fallen entschärfen mittlerweile. Es läuft richtig gut gerade, ja. Muss sagen, echt nicht schlecht. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Dann suchen wir mal weiter nach Fallen. Oh. Okay, am Kamin ist bestimmt auch was. Den Kamin kann ich gar nicht nutzen. Ich nicht? Ich habe jetzt mal rechts in den Kamin ist noch was. Ah, siehst du? Sag ich ja. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich die Falle auch entschärfen kann. Oh, mein Gott, das läuft. Ja, das ist echt nicht schlecht hier. So, was hat man denn da? Wir haben ja einen Zauberspruch. Und Baldurans Helm. Den kann ich aber nicht tragen. Wann ich jetzt hier rein, oder meinst du hier ist vielleicht irgendwo vorne eine Falle? Nee, also ich bin ja bis zum Tisch bin ich gelaufen. Da kam nichts außer die eine. Also der Raum sollte sicher sein. Okay. Ja, Baldurans Helm. Und da ist wieder ein Zauberspruch. Der Zauberspruch geht dann direkt wieder rüber zu Anja. Und der Helm. Um den sagenwobenen Helm von Balduran, dem legendären Begründer von Baldurs Tor, haben sich lange Zeit Gerüchte gerankt. Der verfüge über schützende Zauberkräfte. Die wahre Natur der Zauberkraft dieses Helms ist allerdings noch nicht geklärt worden. Hellsehen habe ich auch bekommen. Und Farbkugel. Ich glaube, ich sollte den Helm mal den Dave geben. Weil der Helm hat einige Spezialpunkte. Boah, jetzt sieht der lustig aus. Wie so ein Rindsvieh. Weißt du, solange Hörner hat er dann Seite jetzt. Herrlich. Hier ist auch noch ein Schränkchen. Da ist da auch eine Falle drin oder ist die oben? Oh, was ist denn da? Das sieht nach Spinnennetzen aus oder sowas. Rechts meinst du? Oder eine Höhle. Es scheint Felsboden zu sein. Ja, ich bin blind. Was soll ich sagen? So, hier scheint keine Falle zu sein. Dann gehe ich mal ran. Verdammt. Der Meisterdieb. Gibst du mir gerade? Yes. Ich hätte eine Heilung für dich gehabt. Ja, das Geist muss ich erst mal nachlassen. Während ich da weiter Schaden erleide, bis das Gift weg ist, suche ich weiter nach Fallen. Aber ich habe doch hier eigentlich ein Giftding. So, jetzt kann ich. Jetzt kann ich gehalten werden. Warum ist denn dieser Giftverlangsam ist drin? Ich habe doch auch Gift... Giftverlangsam ist hier. Ich könnte trotzdem jetzt eine Heilung gebrauchen, wenn du noch eine übrig hättest. Giftneutralisieren habe ich gar nicht geskillt. Beim nächsten Mal ist er ready. Tut mir leid, mein Fehler. Da habe ich wohl Mist gebaut. Aber großer Meister. Ich kann nicht alles finden. So, bist ja wiederhergestellt. So, da gehe ich jetzt aber nicht mehr ran an den Schrank. Der findet die Falle nicht. Da scheinen meine Fähigkeiten noch zu gering zu sein. Gibt's ja gar nicht. Okay, dann lassen wir das mal. In den Raum kann man rein, oder? Ach, das ist ja noch eine Kiste. Die habe ich ganz übersehen. Hörte dich nicht. Ich habe nochmal Fallen suchen aktiviert. Zeit, nichts zu kommen. Nee, ich versuche mal mein Glück. Verschlossen. Gibt's gleich nicht mehr. Das zumindest hat funktioniert. Da ist wieder ein Zauber drin für die Anja. Und... ...ein Blitzstab-Schlüssel. Ah! Langsam haben wir aber ganz viele Schlüssel hier. Anja kriegt wieder einen Zauber rübergepackt. Anja! Du hast einen Zauber. Auch nochmal hier nach Fallen suchen an dem Schränkchen. Hände, Hände. Da scheint nichts zu sein. Da ist eine Luft-Elementar-Statue. Ich möchte euch daran erinnern, dass ich als Halbwelt mir gemerkt habe, dass wir oben eine Tür hatten, in der wohl eine Statuette gefehlt hat. Und wenn Sie jetzt hier eine Statuette gefunden haben, werter Chef, könnte es sein, dass man diese Statuette in das Loch der Tür stecken kann, wo Statuette... Du weißt, was ich meine, Chef. Ja, ich verstehe dich. Ich würde sagen, dann gehen wir in den nächsten Raum mal Fallen suchen. Ja, du gehst mal vor, weil ich finde, du machst das ganz toll. Verletzungen zu kassieren und so. Ich verstehe schon. Aber da hinten ist ein Portal. Nee. So, im Moment sehe ich noch keine Falle. Jetzt dann noch weiter, nee, ne? Da sind aber... Da ist wieder ein Zauber. Da sind zwei Dingsen. Ach so, du bist schon am Sammeln? Ja. Wir haben zwei Zauber und Kugeln gefunden. Die Kugeln bekommst du. Und die Zauber bekommt wieder die Anja. Ich bedanke mich dafür. Anja, Zauber, Kugeln. Danke. Sag mir, was zu tun ist. Was soll ich tun? Bo Panze. Soll ich mal auf das Portal klicken? Ich weiß nicht. Ich hab da ein bisschen Angst vor. Feuerball. Juhu. Ja, äh, dann, äh, sollten wir vielleicht erst mal unten weiter gucken. Du bist der Chef, du entscheidest, ob du da drauf drückst oder nicht. Nee, ich will erst unten in den Raum noch gucken. Wenn das Portal uns wegbringt, wir kommen nicht mehr zurück. Das wäre ja doof. Weiß nicht, was so ein Portal macht. Äh, also ich kenn's damals noch aus, ähm, Heroes of Might and Magic. Da gab's Einweg- und Zweiwege-Portale. Und wer weiß, vielleicht ist es nur ein Einweg-Portal und wir kommen nie wieder zurück. Das möchte ich nicht. Also gehen wir hier unten rein. Oh, Frauen. Was? Frauen. Also Nikolas und Anja können draußen bleiben. Ihr Bruder-Clubs. Schützt mich. Ja. Helft uns. Befreit uns. Nur mal langsam. Wer seid ihr und was geht hier vor? Es sitzt nicht dein Besitz. Deine Diener. Deine Konkubinen. Bitte helft uns zu entkommen. Okay, ähm, wie kann ich euch helfen? Wenn ihr fliehen könnt, müsst ihr unsere Eicheln zu Königin bringen. Berichtet ihr von unserer Notlage in dem Versteck dieser Kreatur. Bringt sie zur Feenkönigin, die ganz im Süden der Windspeerhügel lebt. Das wird unsere Erlösung von diesem, diesem Irenikus und seinem Kerker sein. Ein Name für denjenigen, der uns gefangen nahm. Obwohl ich seine Motive immer noch nicht verstehe. Und es scheint, ein Feen zu sein. Sehr interessant. Wir sollen ihm Gefühle beibringen, aber er ist innerlich leer. Ja, bin mir nicht sicher, was da gerade gestanden hat. Im Mindest könnt ihr für uns seine Pläne vereiteln. Wenn ihr die Eicheln zur Feenkönigin bringt, kann sie unsere Bäume wieder wachsen lassen und uns befreien. Ich werde euch sehr gerne helfen. Danke, ihr müsst die Eicheln nehmen und sie der Feenkönigin in den südlichen Ausläufern der Windspeerhügel bringen. Aber er hat unsere Eicheln an sich genommen. Er kennt unsere Pläne. Sie amüsieren ihn. Er hat unsere Eicheln bei Illich gelassen. Illich ist gemein. Hm. Dann muss ich also eure Eicheln von diesem Illich wiederholen. Wer ist das und wo kann ich ihn finden? Illich ist der Clanführer, der Dürrga-Sklaven des Meisters. Er befindet sich irgendwo im Verlies. Kommt zu uns zurück, wenn ihr die Eicheln habt und wir werden euch dann sagen, wie man fliehen kann. Hm. Interessant. Triaden. Eicheln also. Was habe ich denn eigentlich hier rechts? Der Sonnenstein. Achso. Kann ich ja, wenn du hier draußen stehst, auch mal ein Stück rausrücken? Ich kümmere mich drum. Interessant. Also es ist wieder eine weitere Quest, die wir wohl bekommen haben. Ein neuer Eintrag im Tagebuch. Die Eicheln suchen. Das sind ja mal Aufträge hier. Und hier sind Bäume mitten in der Höhle. Ja. Sind wir denn noch in einer Höhle oder sind wir schon irgendwo anders? Also wenn ich auf die Karte gucke, könnte es auch draußen natürlich sein, dass wir uns jetzt draußen befinden. Oder halt ein unterirdischer Garten, Wald. Wäldchen. Hm. Ich folge dir mal. Ja, ich gucke gerade, wie das hier aussieht, aber... Ich habe einen Baum gefunden. Hey, ein Baum. Da ist noch ein Baum. Da unten ist wieder ein Räumchen. Da gehe ich nicht rein. Wieso nicht? Die Musik ist gruselig. Welche Musik? Ich höre nichts. Jetzt hat es so ein komisches Rauschen. Ah! Oh, ganz schön viele Fallen entdeckt. Alter! Dieser Raum muss ziemlich gut gesichert sein. Als ihr durch den Durchgang tretet, ertönt ein Alarm und verstummt dann abrupt. Ja, den habe ich gehört. Den habe ich auch nicht erschreckt. Und laut der Karte haben wir jetzt, glaube ich, schon fast alle Räume durch. Interessant. Ah, cool. Ob hier die Eicheln sind? Ne, die waren ja im Kerker irgendwo, ne? Ja, jetzt muss ich mich natürlich an den Fallen versuchen, ne? Wo geht es denn aber dann hier weiter? Naja, gut, das werden wir dann gleich sehen. Aber das ist jetzt irgendwie dann ja schon abgeschlossen. Die Zauber stehen bereit zur Heilung. Okay, das ist schön. Dann werde ich jetzt versuchen, die erste Falle zu entfallen. Ach, war der schlecht. Warte mal ganz kurz. Falle nicht entschärft. Verdammt. Ich bin gerade noch kurz drüber gesprungen. Weil er so schön flach an mir vorbeigezogen ist. Du hast die nicht entschärft. Nein. Dann solltest du es nochmal probieren. Falle nicht entschärft. Dann versuche ich mal die andere hier. Hallo, hallo. Nicht verschwinden. Ich will die Fallen sehen. Ich wollte gerade sagen, hast du die gerade alle auf einmal verschwinden lassen? Ne, wenn der auf... Oh, da ist noch mehr. Boah, da ist noch eine. Da muss aber ordentlich was in dem Raum sein. Dann versuche ich mal die mal zu entschärfen. Auch nicht. Das ist aber schlecht. Da kommst du ja gar nicht rein. Nein, der ganze Raum ist ja vorne mit Fallen geschützt. Reinkomme ich schon. Ich komme halt außen rum nur. Jetzt versuche ich die hier zu entschärfen. Dann, äh... Jawohl, endlich. Wenigstens eine. Dann werde ich mich mal hier zu außen hinstellen. Ich mache nochmal Fallen an. Ja, ich würde sagen, du kannst dich ja dann in dem Raum umgucken. Ja, ich würde sagen, aber jemand, der mich heilt, sollte vielleicht in meiner Nähe sein. Also solltest du dich vielleicht, dein Charakter erregt, hinter mich bewegen. Vertrau dir nicht, du... Warum rennst du weg? Nein, ich meine es ernsthaft. Also der, der mich heilt, der muss am besten in meiner Nähe sein. Gut, dann gehe ich jetzt wieder einen Schritt nach vorne. Ob hier noch was auftaucht? Aber der Raum ist richtig abgesichert. Da muss irgendwas Wichtiges drin sein, würde ich sagen. Was sagt dein Tabulator? Tisch, Bild, Kiste, Nachtschränkchen. Denk dran, da vorne vor der Kiste war eben auch noch ein Falle, ne? Jetzt wieder weg. Es ist aber übel, wie viel Lebenskraft ich nur habe, ne? 56, Anja mit 32 am wenigsten. Ach, deswegen... Oh, oh, oh. Das ist der Raum der Herren. Die Heiligkeit des Raums der Herren wurde entweiht. Die Eindringlinge werden sterben. Ja, äh, Pause. Der Raum der Herren, da hatten wir doch einen mit dem Tank. Richtig. Der soll tödlich sein. Ich würde sagen, wir beide bleiben aber hier in dem Raum drin und lassen mal die vier anderen da drauf. Wollte gerade sagen. Die drei anderen da drauf. Wobei die Anja da auch wieder aufpassen muss. Ja, die Anja geht mal einen Schritt weg. Und, ähm... Ja gut, aber, äh, Nikolas kann ja da ja schon mal schön drauffeuern und die anderen beiden im Nahkampf die Benni wahrscheinlich eh zusammenschnetzeln. Und der niedrige Lehm-Golem attackiert eh Echo-Sohn des Games-O-Nars. Also, ich... Fertig? Ja. Echo, was sagst du denn dazu? Ja, mei. Soll er kommen, mein Plott. Mein Plott-Gesicht. Guck dir an. Wer ist er? Ha! Ja, das war jetzt aber, äh... Da kommt noch einer. Ah, noch einer. Ha, der will auch auf mich drauf. Der mei auch Plott. Komm her, Papa will spielen. Alter, was seid ihr für miese Metzler, ey. Dave, der Dave hat richtig draufgehauen wieder. Hier, zehn Schadenspunkte, kritischer Treffer. Aber der Echo, der hat ein bisschen... Wird abgekriegt, ne? Nikolas verursacht 13 Schadenspunkte bei Nidra-Lehm-Golem. Ja, dann, äh, war es eine wunderbare Zusammenarbeit der drei. Hab eigentlich auf den Baum gezielt. Naja. Aber ich bin schon sehr zufrieden mit unseren Kampfeinheiten. Definitiv, aber ich würde sagen, lass uns mal hier drin, jetzt kommt wohl nichts mehr. Ja, er hat die ganze Zeit fallen gesucht, unser Dieb, und er hat hier nichts gefunden. Also gehen wir wieder ein Stückchen weiter. Okay. Dann solltest du den Tisch hier auch... Guck mal auf den Tisch, ob du da was findest. Ich geh erstmal näher an den Tisch ran, nicht, dass da wieder eine Falle aktiviert wird. Oder ich wieder irgendwas nicht sehe. Ah, da ist wieder die andere Falle, da war der Truhe. Da ist die andere Falle, ja. Ich hab ja wirklich bammelt, dass wir manche Fallen nicht sehen können, ne? Mach, ich geb dir mal noch eine kleine Heilung, so zur Sicherheit, dass du da 100% bist. Okay, dann werde ich mich jetzt an den Tisch wagen. Ich kneif die Augen zusammen. Warum hab ich's gewusst? Das war so klar. Aber ich nehm den Zauber von dem Tisch weg, so. Der Tisch ist leer, und heilen bitte, kannst du? Ja, ich heile erstmal mich, weil Halbelf ist wichtiger als ein Dieb. Ja gut, dann sag ich, es gab natürlich Umweltschaden durch die Explosion, das ist verständlich. Aber den Zauber geb ich der Anja, oder ist sie zu weit weg? Die ist zu weit weg, das muss ich nachher machen. Bist du noch kurz warten müssen, ja. Ich hab da nur noch ne große Heilung, falls du nochmal eine auf die Schnauze kriegst, dass ich dir dann nochmal ne Heilung drücken kann. So, wieder bitte nach Fallen suchen. Achtung, Achtung, da ist ne Falle. Ja, die hab ich ja vorhin schon gesehen. Alter, wenn jetzt bei dem Bild wieder ne Falle ist, die ich nicht sehe, ne? Dann mach doch erstmal die Falle, die du siehst, und geh in die Truhe. Ich glaub, die Truhe ist wichtig. Dann erschärf ich mal die Falle. Weil die Falle da direkt... Geht nicht. In meinem Bild bist du gerade drüber gelaufen. Ich stehe genau davor. Es geht nicht. Ich versuch's nochmal. Ne. So, der zeigt mir hier keine Falle an, am Bild. Konnte ich denn auch Fallen entschärfen? Ich nehm mal einen kleinen Zaubertrank, ja. Okay, warte mal. Ich probier... Ich guck grad mal nach, ob ich nicht auch irgendwas mit Fallen entschärfen kann. Botische Befehle, Eisenhaut... Bei den Massenheilung... Genstaub... Wahrer Blick, dieser Zauber wirkt auf die nähere Umgebung rund um den Anwender. Wenn die Zauber gewickt wird, werden alle feindlichen Zauber, der Schule, Illusion, Hirngespinz, bla bla bla... Bringt uns hier nicht weiter. Fährensicht auch nicht. Magiebanden... Unsichtbarkeit... Vereinte Stärke... Fallen finden... Hätte ich. Oh. Ja, Fallen finden wäre vielleicht vom Vorteil. Für versteckte Falle, die ich nicht finde. Aber das sollten wir dann erst in der nächsten Folge tun, denn das komische Geräusch ist wieder da. Nikla, weißt du, wo das herkommt? Mauts. Wieder weg. Hm. Ja, vielleicht werden wir es beim nächsten Mal rausfinden. Ich sag mal so viel dazu, das Örchen ist raus. Bis dahin. Ciao, ciao.